Jungs, Mädels und Diebsten dazwischen. Das ist zu Recht der Ausgangstipp beim Lautstark. Hallo und herzlich Willkommen und heute sind wir so richtig eng, also zu rechnen dich, nein, aber wir sind Riesenknaller im Engadin, genauer gesagt im Pont Resina. Hier findet heute zum 13. Mal der Terra Trempel statt. Das ist das Event der Jungen, die Juventiner, die Jungen sozusagen von Pont Resina, die das veranstaltet. Eine Mischung zwischen Konzert und Party und das geht mehr als ab. Es ist immer etwas anderes, wenn man in den Bergen ist. Die Leute sind auch buchiger, aber die sind auch gut drückt. Die mögen auch viel Alkohol vertragen, das mag ich nicht mitteben. Ja, für mich ist es das erste Mal an so einem grossen Event hier und ich lasse mich einfach überraschen. Ich finde einfach die Energie, nur schon als wir heute Mittag schon reingefahren ist ins Dorf. Das war schon unglaublich, gell? Wirklich gute Stimmung, die Leute haben einem zugewohnen, obwohl sie einen nicht kennen. Ja, das war schon. I came to steal this show, oh that's true, this is how we do, I looked around the party and all I see, fun-loving people here just like me, I won't fuck with you, don't fuck with me, see it's a bad side of life, trying to be stress free, that's why I still come 100 years old. First of all you find here in one of the most beautiful Tellers of the Alps, already in Engadin, that's something special. And then the whole atmosphere, people come home, they go to Ferien, we live here in a Ferienregion, they have the whole year Ferien, also when we work, like all of us here, the lovely people say. And then what does it do? We have a good mood, a great lineup, the windows here at us, the room, there are many factors. When somebody give a fuck, that everyone's selfish, that those who care, and this call is for all of those out there, they wanna shout out, yeah. Und der Beat geht bis nach Chur, aber wenn ihr am 13. Terratrempel nicht dabei gewesen seid, kann ich sagen, so recht ein Skandal. Es lohnt sich wirklich, nächstes Jahr hier hinzukommen, alle Infos. Hier gibt es auch im Netz unter terratrempel.ch die Website abchecken, um nächstes Jahr hier nach Pontresina zu kommen. So, an dieser Stelle kommen wie immer unsere zu rechten Ausgangs-Tipps für das Weekend. Wo sollen wir dann in den Ausgang gehen? Der Samstag, 26. Februar, gibt es wieder Double House. Double House, das mal mit dem SirCalling, Christopher S, Mike Candice, Pat Ferrells, Galoni DJ, Lauren M und das Baby vom SirCalling, der DJ Aqua. Das Ganze ab 16 Uhr, es läuft 1000 Elektro, Techno minimal im OXTA in Zürich. Am gleichen Tag gibt es, wenn ihr sagt, ich habe noch nicht genug von... Fasnacht, eine grosse Fasnachtsparty und zwar, die ist nicht nur mega, die ist super mega Fasnachtsparty. Das kann ja nur super mega sein. Und zwar läuft Rock'n'Roll, Partytunes und Pop ganz eine grosse Sache, wenn es um Fasnacht geht. Und zwar in der RSA Sarganz-Kenton St.Gallen ab 16 Uhr. Ich wünsche euch so recht viel Spass im Ausgang und wir sehen uns nächste Woche wieder hier im Lautstark. Und jetzt gehen wir sozusagen mit der Lawine wieder zurück ins Tal. Tschüss!